ein moin herzlich willkommen zu diesem video und zwar ls 22 im channel das projekt auf der geistet berg im jahr 2022 mit mir liebe fabi hallöcher und lieben chelgy gamer so gut sind wir sind fertig mit welchen gleich wir haben erst angefangen zu crashen lotter er ist immer noch dran dem fettel ja das feld ist ja klein wird hier doch das feld daneben dass wir sie größer mal wieder getankt werden das feld und nämlich ist das dreifach so groß wie dein welt ich bin aber noch am pressen was das türen und dreschen und danach muss man körperler fahren dann haben wir uns pressen dann kann ich beide einsammeln also wenn ich fertig hier mit pressen bin könnten wir einen tag vorspielen wird die scheiße reiht nein danke was sich irgendwie verändert er schafft ihr neue vorsätze gesetzt im jahr 2022 muss einhalten stopp stopp die wette gilt er der ballen wollte wegrutschen so mit dem mit der wiese sind wir gleich fertig leute dann geht es gleich zunächst wir haben drei wunderschönen wiesen ja wir haben die 15 und die 35 mit zuckerrhythmia gesehen das weiß ich auf jeden fall und die 38 ist mit sorkum herse 35 ist mit mit mais angesehen die 39 die ist leer im moment ich glaube es ist im moment nichts reich wo kann ich den drescher andonnern so gleich noch kalk hier drauf schmeißen wenn wir fertig sind aussie du hast doch deine deine walze noch oder nein hast du verkauft warum warum brauchst du die nicht fünf prozent mehr ertragen er hat uns nicht direkt zert er geht jetzt auch wieder ja jetzt sagt er jetzt ja geht immer schon aber ich wusste es nicht warum kann ich jetzt hier auch keine helfer einstellen nicht jetzt fällt 23 jena naja überfragst du mich also dass es auf den wiesen nicht geht ja okay vielleicht auch schon mal aufgestanden ich kann wenn wir ein paar wälder einstellen dann geht das genau das stimmt achso du hast es generell okay ja äh warte äh bei der erst vorher ging es ja ja das ist wieder neu john ja ok kannst du einfach rein machen ja warte kann sein weil ich noch nicht äh achso muss ich mir jetzt hier als admin helfermenü nach zwei bahnen dann sind wir hier schon mal fertig leute das ist nämlich wichtig leute dass wir hier fertig sind können wir auf kleine daneben auch nicht geht auch nicht ja hey dann ist diesmal nicht an giants ja beim drescher ging der helfer das weiß ich ganz genau toll ja also wir müssen den verbesserten helfer mit drauf nehmen oder müssen gleich mal server neu starten wenn wir den server neu starten gleich den verbesserten helfer drauf nehmen und dann können wir gleich den werkstoff mit drauf nehmen und dann können wir gleich den wasserträger mit drauf nehmen genau das passt Fabi jetzt weiß ich noch was wir machen kannst du schon bei der ganze gedöse hochladen und runterladen und hochladen und auch hier in den channel hochladen erst einmal habe ich ja gesagt zweimal hochladen und gleich die ganzen mods hier löschen das ist nicht mehr interessant ja genau machst du eh nichts also von daher also ich arbeite doch gerade also bei mir läuft der helfer auch auf meinem anderen feld ja aber ihr könnt es ja nicht machen wir sind am aufnehmen fangen das ist aber das ist ja scheiße ich doch auch was tja eh nicht aber sowas von oh die letzten drei schon ja doch was nee dann muss ich dir auch anmoderieren ha 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 clever jungs clever clever ja gut ich stimme jetzt auch nicht mehr auf der jetzt ernsthaft Fabi ja ernsthaft okay ähm dann Leute ihr wisst Bescheid unten in der Videobeschreibung verlinkt oh jetzt muss ich mal einen Link noch aussuchen da könnt ihr die dritte Ansicht ziehen naja gut bei Scheiße muss ich gucken davon sind ja die Linke eh nicht was doch der Linke läuft jetzt hab ich neu reingemacht wenn deine Links immer wieder kaputt sind kann ich dich zerführen wieder meine Links ich hab nie unter meinem Video einen Link zu meinem Kanal gemacht hat man noch nie gemacht Jo Topfi macht die nächste Handmotivation Nein geht gut noch hier drittere Ansichter hätten wir besser oh Mann ich wollte es doch extra nicht sagen dann fällt es nicht auf genau uns wäre das auch nie aufgefallen nein nein nö 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 ja aber ja sind äh weiß ich nicht wieviel folgen hallo äh hätte ich meine Abo-Anzeige aufgemacht die wurde äh wo hab ich abonniert und hätte ich taubfis Video gesehen nein nein naja gut falls das ist nicht das dauert es ja manchmal dauert es auch drei Jahre bis wir auf was reagieren oder zwei ja komm jetzt geh weg alter ha 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 in diesem einten Mal alter äh das waren drei Kommentare glaube ich sogar ha 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 naja ha 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 ja Mr. Jakey ja das war auch der Grund warum ich gesagt hab auch Manno als du gesagt hast ich hab mein Thumbnail vergessen eben als wir was anderes aufgenommen haben also dann hab ich im dann hab ich im gleichen Moment hab ich auch gesagt äh stimmt aber es hat keiner gehört so ha 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 ja 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 so soll ich und Ossi jetzt das wissen du musst zuhören die Ohren spitzen die Scheiße hat man hört man Topfie zu genau so hat man hört man Checking Gamer zu ach es geht man mit Checking Gamer ja team ha 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 bloß man gehabt erst Minus bekläbt ha 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 ist die bahn leute dass wir das hier schon fertig haben es ist wichtig hier sind deine kirschenglocken an glaube ich auf dem hof bei mir so wie ist der preis also das ohne hafer auch schon da ist das heißt also ist wie ich ab ab da gibt es wir haben man warum ich so gute laune ich verstehe es nicht was macht der fendt hier ist doch ausgeflogen noch zwei waren was ist der helfer doch nicht so gut weil das feld dreieckig ist schmeiß den scheiß ballen raus ich kann nicht ewig warten hier das geht ewig nicht ich sag jetzt mal lieber nix das stück hier unten holen und dann gleich höchle dann schmieden wir mal schnell kalt 4 5 6 7 8 9 10 10 ballen von dieser kleinen wiese das ist schon mega nice ich weiß nicht was ich bin es kommt noch mehr runter es kommt noch mehr runter kein thema aktuell 11 jetzt auf die ebene machen gut also so zwölf ballen werden es auf jeden fall werden ja könnt ihr nicht mal die scheiß zeit auf 0,3 machen warum denn noch etwas aufhört auf 0,3 da müssen wir es schneller machen dann hört es eher auf 3 5 5 7 6 7 9 10 irgendwie sowas hört sie doch auf also so ja die welt ballen leute mega selb die ballen lassen wir auf jeden fall auf dem feld oder bringen uns nichts abzutransportieren bevor die hier nicht gejährt sind kann das sein fabi dass du die glocke ja will ich jetzt nicht abstreiten dass sie vielleicht irgendwo fest verbaut ist und dann kann sein ja weiß ich nicht hört ihr noch offen meiner wiese ich höre es hier nicht ein bisschen traurig also ich höre es auch nicht ein bisschen in perspektive leute besuchen wir hier mal sein hier wird auch einiges an ballen runter kommen leute aber wenn wir hier fertig sind wir fertig mit den ballen wäre eine wichtige situation wenn wir hier fertig werden klingelt das denn also jetzt mal herzhaft schweizer spocken klingeln was wollte ich gerade was sagen das ist eine neue gute frage keine ahnung ja genau so helferle du sollst aber in die andere rechnung drehen und nicht in das feld was uns nicht gehört aber meine freunde ich würde sagen das war es schon wieder mit dieser folge wenn euch die folge gefunden hat lasst gerne da mich das schade für euch bei den anderen vorbei also in der infobox verlinkt und bis zum nächsten Tag auf den tag und tschau tschüss